Nussknacker und Mausenkönig Baron von Mühlhausen Ja, Baron von Mühlhausen Kennt ihr, wer diese Bücher geschrieben hat? Hoffmann Ernst der Dorr Amadeus Hoffmann Gottfried August Bürger Ihr habt die Märchen von Bruder Grimm vergessen Rotkäppchen Das ist die Märchenstraße von Bruder Grimm Sie erzählen sich von Hannau und Fremden Hänsel und Gretel Frau Kohle Fröschkönig Aschenbutter Und viele andere Lesen ist wirklich interessant Ja, klasse Lesen ist wirklich interessant Das war der 24. Dezember Heiligabend In einer Ecke des Hiedelzimmers saßen Priester und Marie Es war schon Abend geworden Auf dem Weihnachtstisch sah Marie etwas was sie vorher nicht gesehen hat Ach, der hübsche Plendermann Auch gewacht Auch gewacht Auch gewacht Wir wollen zur Schlacht Noch dieser Nacht Knack, knack, knack Du les Mausenbach Hier sind meine liebe Freunde und Brüder Wollt ihr mir helfen in der Schlacht? Ja, wir helfen dir Objektiv